Oh, guten Morgen, willkommen zurück zu Versacken, ihr Spastis. Äh, habe ich da ein Missionsende irgendwo, oder? Ähm. Ich glaube schon, oder? Betalte Raumstation, äh. Bin mir jetzt selbst nicht sicher. Habe ich jetzt zu Ende gespielt? Äh. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Äh, ich glaube fast nicht. Echt nicht. Habe ich hier nicht zu Ende gespielt? Äh, Moment. Äh. Doch, die hatte ich zu Ende gespielt, hä? Ja, ja, irgendwo im Shuttle. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Äh. Ja, total, Mayhem. Ist so einfach. Also, wo sind wir denn? Shuttleport. Jawohl, irgendwo im Shuttleport gibt es ein Schiff. Ja, 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 ja. Ja, richtig, richtig. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Glaube ich. Wird schon passen. Wenn ich beschwere euch, dann kann ich euch ignorieren. Denn eure Meinungen sind mir nicht wichtig. Ich höre. Schieß dir eine Akete rein, wenn du nicht ausweichen würdest. Und Dämon hat angekündigt, er wird ein Let's Play Forsaken auf Total Mayhem ohne Sterben machen. Also, er speichert nur am Anfang und will ohne Sterben durchspielen. Hat er gesagt? Das kacke Ding hat er gemeint. Hat er wirklich gesagt? Also, sprecht ihn einfach mal an, wann er das endlich macht. Dann passt das schon. Also, er macht es auf jeden Fall, hat er gesagt. Das ist gar kein Ding. Das hat er mir schriftlich gegeben. Ich habe hier diesen Zettel hier liegen mit gefälschten Unterschrift. Das hat er unterschrieben. Also, er fälscht immer seine eigene Unterschrift. Das ist ganz normal. Das braucht ihr euch nicht wundern. Das ist... Dämon hat halt ein wenig einen Knall. Also, wie gesagt, ohne Speicher. Ich sollte vielleicht mal speichern. Da war ja was, ne? Okay, ein Leben. Wer verliert, geht noch. Also, es sei natürlich, es kommt gleich wieder irgendein Endboss. Und, oh Gott. Es kommt gleich ein Endboss und ich bin so tot. Gleich, ne? Ja, also die Endbosse von Levels kommen mir bekanntlichermaßen immer am Anfang des Levels. Das kennt man ja. Also, es gibt kein Spiel, wo das irgendwie anders wäre. Also, kein gutes, ne? Kommt ja noch einer. Also, ein Endboss, ne? Also, das gute Spiel kommt immer nur zwei Endbosse gleich hintereinander. Nach den Endbossen kommen dann die Zwischenbosse. Da kommen dann natürlich nur... Äh, was? Ja, das sehe ich ja mal gar nicht ein. Ach ja, richtig. Ich sollte erst mal... Ich sollte für doch öfters mal speichern. Das wäre doch mal eine gute Idee. Vielleicht gelegentlich einfach mal spontan speichern. Ich habe Solaris. Wuhu! Einfach ganz spontan mal speichern. Tür aufgeschossen. Kommt das? Ach, da oben! Ah, so. Ich mag den Laser. Seine Effizienz lässt zwar zu wünschen übrig, aber ich mag ihn. Ah, diesen schönen Strahl. Apropos Strahl. Nur 94 Gegner ist ja richtig wenig. Aber ich bedenke, dass ich nur 90 davon töten muss, um die Mission zu schaffen. Oh, ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig. Na komm. Demo will übrigens auch Alarmstufe rot inklusive bei Addons ohne Speichern durchspielen. Auch schwer, also hat gemein, das ist überhaupt kein Ding nicht. Spiel ist mit einem Zug durch, hat er gemeint. Macht Speedrun, ne? In Echtzeit-Serie spielst du Speedrun. Geht das? Ja, mit meinen Inis kann ich alle Speedrun. Nein, ich glaube, dann dauert es länger. Wenn die ganze Karte immer explodiert in der Mission gescheitert kommt. Ich würde mal sterben. Sterben, na also. Ich lasse die Tür erstmal zu. Nein, safe. Ich habe einen Laser. Ich habe einen Laser, ja. Ja, aber die ist mir nur ein oder ist der wirklich viel zu schwach. Ich wollte vielleicht einen Laser Level 6. Quatsch. Finde auch für einen Laser wahrscheinlich. Bleib doch mal offen. Ich bin doch besoffen. Ab. Nein. Bleib down. Ich habe schon 9 von 94 Gegner getötet. Also fast schon ein Zehntel. Damit habe ich schon ein Zehntel der Mission abgeschlossen. Ich spar besser Leben. Wir nehmen die Treppe, weil wir Strom sparen müssen. Wer kennt's? Wer weiß, was es ist? Wahrscheinlich keiner. Guck dir auch keiner das Let's Play an, weil es total scheiße ist. Wir alle meine Let's Plays. Hey. Ach komm. Der ist doch unfair. Was soll ich denn den töten, ohne Schiff zu sterben? Pff. Gleich crasht's wieder. Toll. Ach komm. Er ist gecrasht. Wer hätte es gedacht. Aber ich habe hier gar nicht mit gerechnet. Toll. Ach ja. Ich habe mir schon gar nicht mal gesehen. Aber egal. Das müsste doch aus. Diese Scheiß-Drecks-Turm da. Er trifft mir halt immer sofort mit dem zweiten Schuss. Ich bin nicht getroffen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Nicht einmal dran gestorben. Ja. Ich habe noch voll drauf. Ich habe doch gar keine Pfand... Oh. Ich habe doch noch Pfandser. Gut. Was zur Hölle. Was soll denn das jetzt noch? Spinst du ein bisschen, ne? Ah. Das war jetzt nicht nett. Zieleerfassung. Zieleerfassung. Ja, ja. Zieleerfassung. Am Arsch. Hm. Was soll ich denn das Ding jetzt töten? Bitteschön. Ja. So kriege ich es vielleicht. Wenn so mal meine Schussreichweite kommt. Boah, ist das Ding auch noch Ziele suchen oder was? Da bin ich mir nur ein, dass das immer in meine Richtung fliegt. Also, wenn es auch in den Wänden abprallt, meine ich. Komm her. Kannst du dich nicht einfach selbst in die Luft jagen? War doch auch öfters mal. Also gut, hier nicht. Aber bei Diesen auf jeden Fall. Was ist das überhaupt manchmal durchsichtig? Was soll das bedeuten? Dass er eine Ultra-Mega-Unverwundbarkeits-Cheat aktiviert hat? Oder? Warum ist der Regen hier rot? Oder ist das Blut aus einer Decke? Läuft. Ah, da bin ich nicht getroffen. Wieder nicht getroffen. Ich bin so gut. Jetzt glaube ich genau da gespeichert, wenn es kommt. Ich brauche die nur um einen vernünftigen Level. Hey, ich habe eine Goldbahn. Haha, ich habe Gold. Kann ich meinen Soldaten geben? Dann werden sie besser. Fick dich. Die Dinger sind so zielsuchend. Dagegen ist Zielsuchung sogar nicht mehr... Dann machen wir mal einen Laser. Stützt übrigens immer noch ab für den Fall, dass es irgendwann noch nicht aufgefallen ist. Ich weiß ja, einige von euch sind ein wenig langsam im Kopf. Du hast einen Laser. Komm zu, Papa. Obwohl, nein. Bleib weg. Komm zu, Papa. Es stirbt doch mal. Das ist wie, als wenn man ein kleines Kind ertränken will und es einfach nicht sterben will. Egal, wie lange man es unter Wasser schon hält. Hast du das auch, wenn ihr kleine Kinder ertränken wollt und sie einfach nicht ertrinken? Ich könnte ja jedes Mal wieder kotzen. Ich höre irgendwelche Kugeln fliegen. Das macht mir Sorgen. Das macht mir ein bisschen Sorgen, dass ich da irgendwelche Geräusche höre. Oh, ich habe es getötet. Haha, ich bin so gut. Super bin ich. Yeah. Hast du eben schon wieder irgendwas gespawnt? Nicht. Das ist ja schlimmer als, keine Ahnung. Als weniger schlimme Spiele. Hä, bist du tot? Zum Aufhören, so kaputt zu sein. Reparier dich, gefällig. Ich höre schon wieder merkwürdige Geräusche. Was soll aussehen, wenn ich da hinter dir steht und ich töten will? Kurven ist zum gerade fliegender Laser natürlich total toll. Aufgrund mangelnder Alternativen an Waffen ist es auch nicht schlimmer als irgendwelche andere Knallen. Weil ich habe keine Waffen, die um die Ecke schießen. Gegensatz zur KI. Und du geh zurück. Aus dem Strategiespiel, aus dem du gekommen bist. Mensch, ich habe doch so viel Panzerung und Schild und trotzdem köten mich so zwei Kugeln. Ja, die köten mich so richtig, sage ich euch. Und wie die mich köten. Bist du wieder ganz unten? Das ist ja grausig. Ich habe bald schon 20 Prozent, was laufe ich nach für eine Scheiße. Ich habe schon 20 Prozent, nicht bald, sondern... Guck mal. Ein nicht funktionierendes Schiff. Warum? Flutschiff. Dingspunkt. Ah, Zielerfassung kann man da mit wunderbar mit wegblasen. Ich will da nicht rauf. Können wir nicht einfach so tun, als wäre ich schon oben. Genau deswegen will ich nicht da rauf. Also das ist jetzt einer der Gründe. Noch mehr Gründe auf die... Tür ist übrigens verschlossen. Ich habe es so drauf. So drauf habe ich es einfach nur. Was bist du denn? Wow, also die Tür habe ich immer sowas von umgelegt. Also die Tür, ja. Das war kein Schalter, das war eine Tür. So sieht die Tür aus, Jungs. Wow. Ich wollte mich nicht kaputt machen. Also doch, ich wollte mich schon, aber... Was? Wo kommt das denn schon wieder her? Warum habe ich es nicht gesehen? Was ist hier? Ah, ganz toll. Es ist tot. Und es ist auch das einzige seiner Art. Ja, aber der letzte seiner Art. Ich habe den ganzen Raster ausgelöscht. Mann, bin ich gut. Ein Kommentar. Boop, 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 boop. Gibt es für den Laser auch eine Auflevelung? So Laser Level 6 oder so. Sind wir noch nicht tot? Wow. Oh. Kein neuer Gegner. Die waren eben nicht Äh, die stecke fest Ah Oh ne Ich wusste ja schon, dass der Pod crasht Also gelegentlich Okay, dann schauen wir erst mal Darunter Wo ist da jetzt bitte das Geheimnis Ich habe jetzt kein Geheimnis nicht Warum kann ich nicht einfach das Glas kaputt schießen Warum klaue ich nicht einfach das ganze Flugzeug Wie schwer kann das schon sein Machen wir wieder zu Besten Dank Mir geht gerade ein bisschen Die Munition aus, aber ich habe eine Solaris Ich jetzt natürlich auf die leichten Gegner nicht verschossen habe Sinnlos Nicht den geringsten Gern, okay Halt die Fresse Er wird auch schon auf Panzerung, wenn er Schutzschild hat Ah, Fick dich Ja, Level 1 Ja, Level 1 Ihr habt ja nicht mal alle, oder? Ja, das kann ich vergessen Das ist auch noch totbekommen Also nicht an dem Punkt, wo ich geladen habe Er gespeichert habe Wie soll ich das denn jetzt machen? Wo habe ich dazu jetzt gespeichert? Dann lässt du vielleicht doch noch was machen Müssen wir das Ding hier totbekommen Dann muss ich Nein, so nicht Scheiße Ja, ich treffe so gut gerade Er ist ja auch noch da Es gibt einen gewissen Interessenskonflikt Was? Ja, halt halt noch mehr aus Das schon mal gar nicht geht Ist, wenn ich keine Waffe mehr habe Das Ding ist wahrscheinlich immer noch nicht tot Dann gehe ich mal nicht aus Das ist dieses Scheißzeug, warum man so hartnäckig ist Zwischen kommt immer mehr vor dem Dreck Immer öfter Ich mochte es in der ersten Mission schon nicht Willst du jetzt für den mal sterben? Sind wir noch nicht tot? Es ist tot So, jetzt höre ich mal auf mich so lustig zu drehen Und dann Läge ich das doch in die Luft Und alles wird gut Neue Gegner Ausgangstür Das sieht nicht aus wie draußen Sieht mir aus wie noch weiter drin Lass Läge beendet Ausgang verschlossen Sie werden in Sicherheit teleportiert Sie sind bemerkt worden Das wollte ich gerade mal eine Karte öffnen Karte Ah, jetzt bin ich hier oben Inklusive dieses netten Turms Der ist auch da Ich höre irgendwelche Raketen irgendwas schießen Und wieso wurde ich jetzt in Sicherheit teleportiert Und wieso ist das nicht sicher? Schießen, 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 schießen Ich höre schon der Dinge, die mir nicht gefallen wollen Gegner, die schießen sind nie lustig Schon klar Können wir nicht Das war eben gar knapp Knapp ist gar kein Ausdruck, was es da eben war Wieso habe ich nicht sowas? Also so Dauerraketen, die irgendwie aus allen Seiten rausfliegen Es wird das Ausweichen gleich sehr schwer werden Das meine ich Ich hoffe, da kommt kein Endpost Sonst habe ich echt Probleme Was für Zielerfassung So ist das eine Zielerfassung Das heißt, das Ding nicht noch Ey Sag noch mal Was? Ah, jetzt war ich zu hoch Stütz-A-Fast-Rechtspiel Ich hasse dich auch Oh, das ist sogar der letzte Stütz-A-Fast-Rechtspiel Ja, jetzt geht es in die Luft Das ist auch nur mit dem Laser Das war Nummer 1 Ich bin nicht zu tief Wir stellen fest Der kann nach unten schießen Wir stellen auch fest, dass ich da nicht zu tief runter will Oh, da ist irgendwas in die Luft Das hat ich Oh, ich habe ein Goldband Ich glaube, da will ich dann nachher lang Schild 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 Schilde Ich fliege dann mal weg aus dieser Sicherheit Schon ein Drittel der Gegner getötet Mann, bin ich gut Lebst du immer noch Ui Da war noch sehr viel Platz Also ein Blatt Papier hätte man noch zwischenbekommen Fick Dich Der Krieg ist ja tot Ja, ich tress glaube ich sogar Cool Ich bin so gut Das kann ich gar nicht in Worte fassen Wie gut ich bin Na, enge Gänge Stehe ich hier drauf ins Engwerk Boah Es ist so Krank Oh ne Habe ich da eben schon wieder so ein Ding gesehen Ja, habe ich Oh, ich habe ja Solaris War jetzt die Suchende oder Suchende Kanonen Sind nicht so Ziel suchen wie die gegnerischen Kanonen Äh, Ziel suchen ein Missile Was auch immer Haha Habt ihr gesehen, wie ich es ihm gezeigt habe Ich bin voll in die Gesicht geschossen Oh nein Doch Ich habe doch übrigens null Solaris Wird ich gleich mal Hey, hey Fliegt immer wieder ein Stück zurück Mist Ding